Hallo, hier ist dieser Paul mit dem Link-Tipp. Zwei feine Tutorial-Sammlungen. Eventuell kommt es vor, dass man auf ein neues Thema hingewiesen wird oder man entdeckt ganz zufällig im Internet eine neue interessante Programmiersprache oder ein grandioses Framework, das den Alltag erleichtert und man möchte die Programmiersprache unbedingt lernen, aber die offizielle Dokumentation ist spärlich oder vielleicht nicht besonders geeignet. Die Suche mithilfe einer Suchmaschine, zum Beispiel DuckDuckGo, bringt vermutlich erst beim 20. oder 30. Link das gewünschte Resultat. An dieser Stelle möchte ich euch zwei erste Anlaufstellen für englische Tutorials vorstellen. Die Seite bento.io, das heißt dort findet man alles um sich selbst zum Experten zu machen. Klickt man auf die drei Punkte unten links, werden die Tutorials zu dem jeweiligen Thema aufgelistet. Und die Seite hacker.io, der zweitinteressante Tutorial-Katalog. Hier klickt man auf das jeweilige Thema und die Tutorials werden aufgelistet. Wie es aussieht, kann man die Tutorials hier noch bewerten und kommentieren. Darüber hinaus kann man auch bei YouTube nach Videotutorials suchen. Und bei wikibooks.org gibt es ein paar Bücher. Das war User Powerful Open Screencast. Ciao und viel Glück.